Das war aber sein Plan, wenn wir das so haben. Dann müsst ihr ihn in Action. So, dann hätten wir gesagt, machen wir einen in die Abwehr. Ja, unser neuer Eco-Power-Strom. So. Ich würde sagen, genau da rein. Genau, also ganzer und weitermarschieren. Ich würde gerade sagen, einfach einmal hier quer durchlatschen. Aber wir fangen erst mal mit dem Beben an. Das heißt, wir zwei werden jetzt zeitgleich auf drei einen Hopser machen. Und das sich wiederholen. Also wir hopsen, wenn wir unten sind, hopsen wir erneut. Damit es, wie wenn es zu einer Erschütterung hat, die Wasseroberfläche wagelt. Bereit? Eins, zwei, drei. Nicht so oft hintereinander. Das soll ich noch schrecklich sein. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen zu schnell. Also du warst ein bisschen zu schnell. Das habe ich nicht dazu gesagt. Das ist so, wie wenn so ein Saurier kommt. Genau. Eins, zwei, drei. Damit bin ich tief genug im Rast. Roman, hat das halbwegs funktioniert? Ja, das muss der Max noch mal schmerzen. Sehr gut. Ja, das muss der Max noch mal schmerzen. Ja, das muss der Max noch mal schmerzen. Ja, das muss der Max noch mal schmerzen.